Volkswirtschaftslehre. Oft ein schwieriges Thema in der Prüfung, gerade im Jahr 2023. Im Frühjahr kam eine Aufgabe, die einige ganz unerwartet aus den Socken gehauen hat. Und um die soll es in diesem Video gehen, dass man einmal schaut, wie hätte man die beantworten können, um die Punkte zu kriegen und um so ein bisschen die Logik auch bei VWL auf die Kette zu kriegen. Das ist nämlich am Ende überhaupt nicht schwer. Deswegen, wenn eine ähnliche Aufgabe nochmal drankommt und Sie dieses Video gesehen haben, werden Sie in der Prüfung die Punkte bekommen. Also, Aufgabe war nämlich ungefähr so, in der Originalaufgabe ging es um polnische Arbeitsmigranten, aber wir haben es hier mal ein bisschen allgemeiner gehalten. Man soll drei volkswirtschaftliche Vor- und Nachteile nennen durch Arbeitsmigration aus Niedriglohnländern. Also, wie wirkt sich das volkswirtschaftlich aus, positiv und negativ, wenn wir aus Ländern, wo die Leute eben weniger Lohn bekommen, das könnte Polen sein, das könnte Rumänien sein, Indien, alles Mögliche. Was sind die Vor- und Nachteile dadurch? Gehen wir es durch, zuerst zu den Vorteilen. Also, was auf jeden Fall passiert, zumindest wenn sich das auf Deutschland bezieht, der Fachkräftemangel wird abgemeldet. Also, in dem Moment, wo wir Arbeitsmigranten zu uns nach Deutschland holen, sinkt das Problem, dass wir eben zu wenig Arbeiter haben. Jetzt könnte man sagen, naja, das hilft ja nur, wenn das wirklich ausgelernte Leute sind, die eben, wie der Name schon sagt, Fachkräfte sind. Aber ganz grundlegend meint Fachkräftemangel ja nicht nur, dass ausgebildete Mitarbeiter zu wenig vorhanden sind, sondern ein generelles Problem, dass auch für einfache Jobs eben nicht genug Arbeiter da sind. Und das wird damit definitiv abgemildert. Zweiter Vorteil könnte sein, die Kosten der Unternehmen vor Ort sinken, zumindest prozentual, da die Leute, die wir aus dem Ausland einstellen, natürlich nicht das Gleiche verdienen werden, oder in den meisten Fällen zumindest. Klar, wenn man ganz klare Tarifvorgaben hat, lässt sich das nicht vermeiden. Aber in der Regel arbeiten die für einen geringeren Lohn, was bei den Unternehmen dazu führt, dass sie eben weniger für die Arbeiter bezahlen müssen. Und das ist für die Unternehmen erstmal positiv. Also die Unternehmen können so ihre Kosten senken. Dann kann unter Umständen mehr produziert werden durch die Arbeitsmigranten als ohne sie, was wiederum die Konjunktur stärkt. Wenn man einfach nur ausgleicht mit Arbeitsmigranten, was zum Beispiel bei uns in Rente geht, also wenn 100 Leute in Rente gehen und wir 100 Leute aus Polen meinetwegen rüberholen, die die Jobs dann danach machen, auch dann stärkt es die Konjunktur, da in einem Fall, wo wir sie nicht hätten, eben die Konjunktur sinken würde. Also die Wirtschaftsleistung würde sinken. In jedem Fall stärkt es das also. Arbeitskräfte aus Niedriglohnland konsumieren in Deutschland. Klar, wenn wir Leute aus Thailand rüberholen und die arbeiten hier und erwirtschaften etwas, dann werden die nicht aus Thailand ihre Lebensmittel mitbringen, sondern die werden vor Ort sich Lebensmittel kaufen, Miete bezahlen, vielleicht irgendwann ein Auto und so. Also in dem Fall kurbelt das auch den Konsum und damit die Konjunktur an bei uns. Damit kommen wir zum letzten Punkt, mehr Steuereinnahmen für den Staat. Ist logisch, wenn mehr Leute arbeiten, auch wenn die von außen kommen, wird mehr gearbeitet, es wird Lohnsteuer gezahlt, es werden Sozialabgaben bezahlt, die Leute bezahlen Umsatzsteuer, wenn sie sich Zigaretten am Kiosk kaufen und so weiter und dementsprechend steigen die Steuereinnahmen. Also wir haben hier tatsächlich mehr als drei Vorteile genannt, sogar fünf. Suchen Sie sich was aus oder, falls Ihnen noch ein weiterer Vorteil eingefallen ist, schreiben Sie den auf. Alles, was logisch ist, gibt Punkte in der Prüfung und Sie sollten das auch üben. Dann Nachteile. Hier nennen wir wirklich mal nur drei Stück. Versuchen Sie vielleicht mal, sich selber noch ein, zwei weitere Negativpunkte zu überlegen. Erster Punkt, die Inländer verlieren eventuell ihre Arbeitsplätze, weil sie zu teuer sind und die Staatsausgaben für Sozialleistungen steigen somit. Das sind direkt schon zwei Punkte eigentlich. Arbeitsplätze gehen verloren. Das bedeutet, daraus entstehen ja andere volkswirtschaftliche Nachteile auch noch. Sie liegen dem Sozialstaat auf der Tasche und die Staatsausgaben sinken in diesem Bereich. Gleichzeitig demotiviert ist die Leute und vielleicht bekommt man die auch gar nicht mehr eingefangen. Zweiter Nachteil, das Lohnniveau sinkt. Dadurch sinken eventuell auch die Steuereinnahmen. Der Staatshaushalt wird somit belastet. Also auch das könnte passieren, wird es im Zweifelsfall nicht in diesem Extremfall. Aber es kann schon sein, dass dadurch, dass Leute aus dem Ausland eben günstiger sind und wenn man sehr viele davon reinholen würde, die die Jobs übernehmen, das dann dementsprechend, um die Jobs zu behalten oder selber als Einwohner des Landes eben einen Job zu bekommen, man nur noch weniger von den Unternehmen ausgezahlt bekommt, weil die sich eben entscheiden können. So wird die Situation in Deutschland wahrscheinlich nicht sein, weil wir haben einen Riesenbedarf an Arbeitskräften. Aber von der Logik her wäre auch das ein Nachteil, den Sie nennen können. Der dritte potenzielle Nachteil ist, dass eine Abhängigkeit aufgebaut werden kann. Also stellen Sie sich nur mal ein Szenario vor, indem wir jetzt aus meinetwegen China eine Million Arbeitsmigranten übernehmen, weil wir die in der Pflege brauchen, weil wir die im Autobau brauchen und so weiter. Und wenn es jetzt zu einem Krieg kommt zwischen der westlichen Welt und China, könnte man als Deutschland gezwungen sein, weil man vielleicht den Arbeitsmigranten nicht vertrauen kann. Nicht, dass China meinetwegen heimlich Terroristen, was weiß ich, Soldaten reinschmuggeln möchte ins Land oder so und dass die dann hier vor Ort Unheil stiften, sodass dann eben Deutschland unter Umständen sagen müsste, alles klar, alle Arbeitsmigranten werden jetzt ausgewiesen. Und in dem Moment fehlt einfach eine Million Arbeitskräfte am nächsten Tag. Das würde einen wirtschaftlichen Schock auslösen. Und auch wenn das jetzt ein Extremszenario ist, was man nicht von der Hand weisen kann, ist, dass man sich hier in eine Abhängigkeit begibt. Zumindest, wenn es um die Arbeitsmigration vieler geht. Also auch das wäre hier eine mögliche Antwort. Super. Falls Sie jetzt kurz vor der Prüfung stehen und noch eine Vorbereitung brauchen, schauen Sie gerne bei uns auf der Website vorbei. Wir haben genau für den Fall ein Prüfungstraining mit ganz vielen Aufgaben. Ich verlinke Ihnen das hier unter dem Video. Ansonsten finden Sie auf unserem Kanal ganz viele Videos, sowohl inhaltliche Themen als auch generell zur Prüfung. Und ja, ich drücke Ihnen jetzt schon mal ganz fest die Daumen. Und falls Fragen zu diesem Thema oder zu anderen sind, schreiben Sie es in die Kommentare oder schicken Sie uns eine Mail. Also, ich freue mich, Sie im nächsten Video begrüßen zu dürfen.